Zurück hier in Minecraft. So, jetzt wo wir Eisen haben. Wir wollten ja den Ofengenerator bauen. Ich höre doch gleich mal, ob wir das hinkriegen, diese Folge. Nehmen wir einen Eisenblock. Nehmen zwei Redstone und fünf Eisen nochmal. Einen Ofen. So, haben wir jetzt schon mal den Ofengenerator. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Wenn ich den da jetzt erstmal nochmal wieder abbaue. Diese Seite, das ist wieder genau die Seite, wo die Sachen drin sind. Das ist ganz eigenartig manchmal. So, Genau. Immer noch mal ein Hühnchen. Ja, ne, das muss aber auch ab. Weil ich stelle in oben gerne, also erstmal muss ich hier doch nochmal eine Reihe abmachen. Das ist bis hier. Dann kann ich auch noch gleich diese hier abmachen. Dann nehme ich auch einen Plan. Dann nehmen wir jetzt den Ofengenerator und stellen den hier hin. Jetzt brauchen wir noch Stromleitungen. Stromleitung gibt's das gar nicht. Dann fällt Redstone Stromleitung ein. Redstone Energieleitung. Darf man aber nicht ganz so gut her. Okay, machen wir anders. Energieleitung. Auch nicht. Auch nicht. Hier. Stein an einem Pflasterstein. Hölzsonde. Transport. Steiner Energieleitung. Handstein. Zu Beginn. Tauch. Fertig. zugre Valentin. Unverteint. Wundern. 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 Was heißen die Energie? Was ist denn Energie? Ich verstehe gar nicht, was ich nicht finde. Müssen wir mal gucken, wieviel der Kohle rufen wir packt. Steht hier gar nicht, wieviel der packt. Müssen wir mal Kohle rein tun, um das rauszufinden. Ist man gar nicht. Aha. Genau die hier. Gehärtete. Inverbahn. Dann brauchen wir erstmal diese hier. Bleibahn. Und für dich dieses Glas. Werbeglas. Blaues Glas. Großer Glas. Ziemlich klares Glas. Das heisst ich brauche ein Meißel. Wie macht man einen Meißel? Einen normalen Meißel hätte ich gerne. Ganz normalen. Okay. Also ich brauche das und einen Stock den wir erstmal wieder herstellen müssen. Das ist schon mal ein Meißel. Jetzt brauen wir vor allem aber auch während oben erstmal. Wir brauchen Sand, das wir oben haben. Und dann kommen wir mal Schritt vor Schritt voran hier. Dann nehmen wir noch 32 Sand erstmal. Dann nehmen wir noch 32 Sand erstmal. Gucken wir uns schon mal an was wir für einen Pulver-Räsierer brauchen. Dann brauchen wir nämlich einen ganz normalen Maschinenrahmen. Dann brauchen wir ein Zinnrad. Dann haben wir Zins schon gefunden. Zinn haben wir zum Beispiel noch gar nicht gefunden. Das heisst weil wir keinen Zinn haben kommen wir hier in dieser Stelle auch noch nicht weiter. Das heisst wir werden erstmal nochmal gucken ob wir nicht ein bisschen Zinn finden. Das ist nicht hier irgendwo dann? Das habe ich zugemauert glaube ich. Nee. Mann das ist doch auf der... ... linken Seite irgendwo. Ach war ich ein kleines Fenster normalerweise auch irgendwo hier? Das war ja mal so ein bisschen... Nee das muss doch mal wieder gewesen sein. Das habe ich gar nicht wieder. Ich bin gar nicht wieder. Nee nee finde ich gar nicht wieder. Na gut dann. Gehen wir euch die Lack. Habe ich gerade mal geschlossen. Zinn, hier ist doch Zinn. Ist doch perfekt. Haben wir gleich hier Zinn gefunden hat er gar nicht lange gedauert. Dann kommen wir nämlich hier gleich voran. Dann kommen wir auch hier zurück gehen. Das war jetzt mal schnell. Kommen wir jetzt nochmal zurück. Hier. Wenn wir noch nicht so viel Zinn haben, werde ich das nochmal in den handbetriebenen Reintun. Dann baue ich hier nochmal auf. Bis wir den anderen haben. Dann machen wir uns mal gleich den Pulverisierer. Dann machen wir noch eine Kohle rein. Wollen wir für 16 Stück reichen. Wir bereiten schon mal. So weit vor. Wir werden uns wieder ein Zahnrad bauen. Dann noch ein Stein Zahnrad. Mal gleich wieder ein Erfolg für gekriegt. Dann bauen wir noch Feuersteine. Wir brauchen auch Kupferräder. Kupferräder bauen wir aus Eisen. Aus Eisen und Kupfer natürlich. Und wir drehen am Rad. Im wahrsten Sinne des Wortes. So 24 soll auch erstmal reichen. Dann machen wir schon mal den Zinnstaub da rein. Wo ist jetzt das Holz? Holz ist weg. Es ist doppelt. Alles Holz ist weg. Es ist doppelt. Alles Holz ist weg. Holz ist weg. Es reicht nicht. Holz, Eisen und Redstone. Redstone. Holz. Eisen. jetzt war hier hin glaube ich, und Stein, haben wir schon mal Kolben, aber wir brauchen nämlich 14, davon brauchen wir 8, und wir drehen und drehen, bald müssen wir es nicht mehr selbstständig machen, und hier bleibt sogar das auch drinnen, was ich auch sehr schön finde, Strom da drin bleibt, braucht eigentlich gar keine Batterie, zumindest nicht am Anfang. Wir brauchen uns jetzt erstmal das Zinnrad, das brauchten wir ja sowieso, für den Maschinenrahmen, das Glas und Eisen, jetzt den hier, und machen uns ziemlich klares Glas, also, so, ziemlich klares Glas und Eisen, wir haben schon mal einen Maschinenrahmen, Feuerstein habe ich auch 2 dabei, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz, mal wieder kein Holz, wir haben mal wieder kein Holz, wir haben mal wieder kein Holz, so, an der Stelle sah ich aber auch wieder, was euch das Video gefallen hat, das ist doch am Daumen nach oben da, finde ich dann nicht, und bis zum nächsten Mal,